kiela ihr lieben und willkommen zurück zum mass effect andromeda moment ich muss erst mal noch pb's mission hier aktivieren ja im letzten part haben wir schon einige der neben missionen erfolgreich mehr oder weniger lösen können und wollen uns jetzt um die loyalitätsmission von pb endlich kümmern das hat ja eine ganze weile gedauert bis man die ja überhaupt erst mal starten konnte da war ja einiges hin und her und jetzt bin ich schon sehr gespannt bisher haben sich die loyalitätsmissionen echt immer als interessant herausgestellt die genaue kenntnis der eigenen landkarte des eigenen kurses bis hin ab ins blut ein guter name für die grenze zum unbekannten solch ist gerne hier ganz kurz die planeten und skippe das einfach und dann fliegen wir mal dieses diesen planeten oder was das sein soll an die signal fälle befindet sich in der nähe eines aktiven vulkans ich sehe keinen sicheren landeplatz was immer dieses signal sendet es ist was besonderes team bereit machen ich versuche einen sicheren ort zu finden ich nehme lieber track mit wir müssen nur daran denken dass wir pb leveln wo ist pb keine ahnung aufwachen pb ihr mysteriöses signal wartet okay alles klar obwohl könnten sie bitte zu mir kommen jetzt sofort kello haben sie schon einen landeplatz gefunden noch nicht das könnte noch dauern okay pb bin gleich da das wird interessant pb hier ich weiß auch nicht worum geht es kenne wird keinen sicheren landeplatz finden und sicherheit geht vor okay sicherheit geht vor sie spinnen doch das hier geht zu weit pb sie geht doch immer zu weit ich hatte keine wahl die tempest kann nicht dorthin wohin wir müssen und vom boden aus kommt man nicht rein das hier ist der einzige weg rein wo genau wollen wir hin pb wo wollen wir hin es ist nicht meine schuld dass das signal aus einem vulkan kommt außerdem sollten wir auf festem boden landen falls meine tiefen scans stimmen und der aufprall unsere flugbahn nicht zu sehr verändert und und haben sie noch einen plan wie wir wieder auf die tempest kommen wie lustig dass die dinge nicht so gut wir sind in eine andere galaxie gereist ohne einen plan wie wir wieder nach hause kommen ok gut festhalten das sah unermüdlich aus also ähm sind sie sauer rider sauer trifft es nicht mal annähernd das war knapp jo hauptsache man überlebt die landung oder nicht rider bitte kommen alles in ordnung sam sagt der tempest dass wir hier festsitzen aber am leben sind jetzt müssen wir pb signal untersuchen wir haben keine wahl tut mir leid wird gemacht na dann mal los ich empfange das signal es kommt aus einem relikt bauwerk nicht weit von hier berechne unseren kurs berechnet das hemd lehmt irgendwie so ich weiß gar nicht irgendwie so ein bisschen emotionaler als sonst oder kommt mir das jetzt irgendwie nur so vor wir müssen einen weg zur oberfläche finden wir müssen dieses hindernis überwinden vielleicht ist hier irgendwo eine konsole vergraben diese obsidian struktur wurde durch lava erschaffen die einst durch diese höhle strö höhlen strömte aufgrund ihrer brüchigkeit kann sie durch einen aufprall mit reisen für die geschwindigkeit zertrümmert werden äh was soll ich machen jetzt machen sie schon schießen sie auf den fels oder so aber ich gebe es zurück wer hätte das gedacht das netzwerk auf das sie zugreifen scheint ein herstellungssystem zu sein herstellung wovon sehr gut die tore öffnen sich es ist noch mehr passiert ich registriere strukturelle veränderungen im gesamten höhlenbereich ich sehe es interessant dieser beobachter ist in einem dauerhaften inaktiven zustand seine neural verbindungen sind leer so wie pok als ich die relikt protokolle entfernt habe keine programmierung seismische aktivität nimmt zu ich orte überall in der anlage weitere unprogrammierte beobachter an einer ausgabestelle sollten sie die möglichkeit haben sich ihre unterstützung zu sichern perfekt dann machen wir das doch und wir scannen sie auf jeden fall da bekommen wir nämlich einiges an punkten was ist das pathfinder das hier war eine produktionsanlage das ist der eingestürzte zugriffspunkt für ein fließband und produktionsanlage haben die hier diese beobachter produziert fließband ausgabestelle da drüben ist aber was sie identifizieren sich gegenüber den unprogrammierten beobachtern auf dem fließband als verbündeten hallo kleiner willkommen im team seine protokolle sind zwar eingeschränkt aber sie können ihn mit hilfe ihres scanners anweisen einfache aufgaben auszuführen wie in dem gewölbe auf die laden war das glaube ich da war ich schon das habe ich schon gemacht ein weiteres tor wir müssen da durch sehen sie mal über dem tor ist noch ein knoten versuchen sie ihn zu scannen dieser knoten steuert das tor er ist jedoch inaktiv er ist zu hoch um auf ihn zuzugreifen unser neuer freund weiß was zu tun ist ok na toll er hat einige kleinere schiffe geordet die auf dem weg zur oberfläche sind freund oder feind unbekannt ok eher feind würde ich sagen ich nehme an bibis freundin ist unterwegs ok ich kenne dieses shuttle empfängst du dieses süße signal auch ach kalender hau ab es gehört mir beeilung wir müssen die signalquelle vor kalender erreichen ja einfach runter fallen lassen jetzt oder ja offensichtlich vollständig programmierte und aktivierte bots werden sie nach wie vor als feind betrachten vor uns ist noch ein tor halten wir uns von den bots fern vielleicht lassen sie uns dann in ruhe also an denen vorbei können wir jetzt wahrscheinlich ja nicht irgendwie uns schleichen oder so probieren es einfach mal da ist das tor suchen sie nach einer konsole wahrscheinlich wieder in so einem ding drin ne ach da oben ja was heißt hartfinder diese konsole steuert das tor wenn sie sie aktivieren werden die beobachter angreifen das macht nichts gut das tor öffnet sich und sam hatte wie immer recht da kommen beobachter diese bots haben freunde mitgebracht wir haben zwar einiges an freunden oh scheiße was war das denn voll in die lava mich geportet oh man hei 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 das läuft ja super heute wo sind wir denn fangen wir nochmal an so warte mal ich wollte ja noch pibi das wäre natürlich jetzt mal besser also es geht glaube ich gerade nicht weil wir könnten die bobs haben freunde mitgebracht die bobs haben freunde mitgebracht so das heißt jetzt erstmal kurz pibi können sie gar nicht ach so weil es nicht mehr zum lernen gibt die suchen wir nach einer möglichkeit dieses tor zu öffnen die anderen sachen kann man ja erst lernen wenn sie die loyalität nicht so überstanden hat dann mal los gut das tor öffnet sich ah danke rider sie haben auch hier oben ein tor geöffnet los jungs wir sind drin sie muss auf einem grad über uns sein scheiße 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 palisaria der beste weg ist immer der direkte wie zum teufel hast du uns hier gefunden kalender du hast offenbar den sender nicht gefunden den ich in pok versteckt habe nachlässig ta diese rider wir müssen einen zahn zulegen wir müssen darüber zum nächsten grad ganz schön breite spalte für einen sprung vielleicht können wir irgendwie diese antenne weiter ausfahren ja hier wahrscheinlich auch weiter sie müssten mit der konsole die antenne ausfahren können dann wäre der sprung möglich jede menge aktivität ich kann den heck abschließen aber sie müssen in der nähe auch ich hätte da mal was sagen können dass der gegner von ein bisschen früher jedenfalls arbeiten daran leite in der giefer mit anderen bauwerken auf kosten unserer deckung scheiße wir werden kalender nie einholen ich sehe den nicht abwehrstellung noch mehr relikte hier oben sind keine boss ich werde sie töten die antenne wird ausgefahren naja na dann los würde ich sagen und jetzt springen und jetzt springen sieht man die sie sind in scharfschützen reichweite pathfinder in diesem gebiet gibt es eine weitere ausgabestelle für unprogrammierte beobachter wen kümmert entscheidend ist dass zwischen uns und der signalfelle berge von gestein liegen sehen können wir sie nicht aber die anderen also rider und so weiter haben sie nie gefunden oder gesehen was weiß ich noch ein geschütz das wäre doch ein heck wert oder müssen wir dann wieder gegen beobachter kämpfen für den fall gute idee müssen wir nicht gut dann wo ist denn die konsole wir müssen darüber aber dieser riesige fels so was müssen wir jetzt machen so nicht schon wieder oh gott oh gott oh gott das war knapp ich wollte doch nur meinen scanner rausholen so der fels ist zu kompakt für unsere waffen aber da ist ein tiefer riss den der strahl eines beobachters vielleicht weiten könnte sie sollten nach der steuer konsole für die ausgabestelle suchen da oben gute idee besorgen wir uns einen freundlichen bot der das für uns erledigt suchen wir nach der ausgabe konsole da ist sie da ist sie ach gott ich erwische irgendwie mit meinen wurstfingern hier immer die nahe kann es raus hat jemand einen verbündeten beobachter bestellt ja oder überlebt er das auch lange das ist ja abartig was hier los ist das ist wieder dieses viel ich hoffe ihr könnt auch mit leute das war ganz schön ganz schöne hausnimmer das interfacing verstärkt die tektonische aktivität das gebiet wird zunehmend instabil na los scannen wir den riss in dem felsbrocken damit der beobachter ihn angreift na dann mal los beobachter zur rettung ok rüber jetzt und rauf auf den grad sie dürfen nicht reinkommen dreifacher anteil für den der mir ihre implantate bringt mann ich hasse sie oha wir müssen ihr folgen dann müssen wir aber erst den Müll wegräumen schalten sie sie aus und los oha ich hab's irgendwie mit solchen sachen lava säure ich muss immer darin den bad nehmen ich weiß ja auch nicht ok das ging relativ flott ich sorge dafür dass sie nicht folgen können das ist bestimmt der kroganer der jetzt vielleicht kommt der gesetzlose kroganer dem wir ständig begegnen und wie es aussieht werden wir nochmal auf ihn treffen macht's gut ihr loser da kommt er da kommt er nein 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 oh falsche sache nirgendwo 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 da oben über dem tor ein weiterer energieknoten hier muss irgendwo eine konsole für die ausgabe sein die konsole hier ruft einen verbündeten beobachter der den beschädigten torknoten reparieren wird naja hallo ach so dass einfach hinten dran müssen wir es nochmals kennen wir wir sind wieder im spiel das ist weitläufig hier ich habe das gefühl wir bekommen es gleich wieder mit die signalquelle ist in der nächsten kammer ich auch für weitere ausgabestellen verbündeter beobachter okay gut zu wissen das sieht nach ordentlichem kampf aus kann das gerät nicht anpeilen genau das selber habe ich auch gerade gedacht ich empfehle dringend die benutzung der konsolen und verbündete beobachter zu dürfen wo ist die denn scheiße du hast alle meine männer besiegt wirklich nein ich finde sie gar nicht ich denke wir müssen uns erstmal um die gegner kümmern verdammt das tut mal richtig weh nicht mal annähernd aber ich werde danach neue leute rekrutieren müssen oh verdammte scheiße weiter scheiße sind das zwei das sind zwei das ist aber der eine ist schon im prinzip so gut wie platt so geschafft irgendwo da drüben ist aber noch was so wie du siehst kalender ist es sinnlos stille das gefällt mir überhaupt nicht die signalquelle ist hinter dem nächsten anstieg dann holen wir sie uns ich denke sie muss raus na wieso geht es denn nicht da hinter dem lavabecken noch ein energieknoten scannen sie ihn damit ihn unser verbündeter beobachter aktivieren kann ja ich wills doch jetzt ja jetzt sind wir im geschäft gehen wir rüber und schnappen uns kalender sprengen sie von hier aus das soll wohl ein wind sein wie viele leute hat sie eigentlich gleich hat kalender das gerät und weg ist sie das schaffst du nicht kalender du kommst zu spät süße verdammt verdammt ich komme klar los hilf mir baby ich gebe dir alles was ich habe die artefakte alles was irgendeinen wert hat was ist los ich will nicht dass sie stirbt aber das gerät es ist ihr leben nicht wert was wir hätten jetzt erschießen können was wir hätten jetzt erschießen können diesmal bin ich dir zuvor gekommen ich habe zwei startbereite statt ist mir nach also bei diesen entscheidungsgeschichten kann man irgendwie richtig gemein sein was man ja sonst eigentlich gar nicht so richtig kann es ist oh ne 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 Beeilung! Wir müssen starten! Die letzten Meter! Ich neige dazu, ihr zu glauben. Und sie? Aber vielleicht haben wir jetzt wenigstens ein Glas, mit dem wir an der Tür horchen können. Wir haben da noch eine kleine buchhalterische Frage zu klären. Ach, verdammt. Ja, die Tempest hat jetzt eine Rettungskapsel weniger. Das wird teuer für mich, oder? Wenn wir das nächste Mal an der Nexus andocken, kaufen sie eine neue. Sollte das ihre Mittel übersteigen, arbeiten sie es mit Überstunden ab. Klar? Hey, ich hab dabei immerhin ein Schlafzimmer verloren. Wie verrechnen wir das? Nur damit das klar ist. Alle Rettungskapseln sind ab jetzt für sie Sperrgebiet. Außer im Notfall nehme ich an. Vor allem im Notfall. Sie verstehen aber auch gar keinen Spaß. Ja, wunderbar. PBs oder die letzte Loyalitätsmission auf der Crew geschafft. Im nächsten Part werden wir nochmal schauen, ob jetzt mal jemand was Neues zu sagen hat. PB vielleicht. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.